Wir haben beschlossen, ein Kind zu haben, weil wir hatten ein freies Zimmer, so eine Art Rumpelkammer. Und je länger ich mir den Saustall darin angeguckt habe, desto klarer ist es für mich gewesen. Ein Kind. Es hat sich jede erdenkliche Mühe gegeben mit dem Kind. Bei allem Respekt, Frau Gräfens, ja. Aber Ihre Tochter wird seit Montag, Mittag dieser Woche vermisst. Wir haben jeden Grund anzunehmen, dass hier was passiert ist. Dramatische Auftritte sind nun mal Michaels besondere Stärke. Was hat sie von ihrem Vater? Gerade jetzt, wo mein Mann in den Vorstand der Koratobank AG gewählt werden soll. Sie können mit großer Wahrscheinlichkeit davon... Nach neun Jahren. Mensch, mir macht mein Job auch nicht jeden Tag Spaß. Stefan, ich bin schwanger. Du bist Papa. Was hast du... Was hast du einfach so, ohne mich da vorher mal zu fragen? Ich hab selbst erst heute erfahren. Ohne mich da auch nur am geringsten einzuplanen. Es war ein Unfall. Ja, da gehst du einfach mal dahin und schmeißt deinen Job. Sag mal, spinnst du? Ich war's nicht, die gesagt hat, dass mich die Pille zu dick macht. Das ist doch jetzt überhaupt nicht das Thema. Gibt's da irgendwelche Möglichkeiten noch, dass man... Ich will dieses Kind. Schluss aus. Bis zum nächsten Mal.